Egal um welche Art von Software es geht, das Arbeiten am Computer ist über die Jahre hinweg immer einfacher geworden. Und das gilt meines Erachtens nach auch für die Softwareentwicklung. Es gibt inzwischen super viele Programmiersprachen, die sehr einsteigerfreundlich sind. Für fast alle Programmiersprachen gibt es unzählige Frameworks, mit denen man super einfach spezifische Software entwickeln kann. Das Programmieren von eigenen Videospielen ist mit Hilfe von modernen Engines auch immer einsteigerfreundlicher geworden. Und wirklich egal was man entwickeln möchte, in fast allen Fällen gibt es irgendein super spezifisches Framework, mit dem man diese Sache schnell umsetzen kann. Früher, also vor 10 bis 20 Jahren, musste man noch so viel mehr selbst programmieren. Also es gab nicht so viele Dinge, die schon vorgegeben waren, an denen man sich bedienen konnte. Oft musste man selbst bei einfachen Problemstellungen das Rad wieder neu erfinden, jedes Mal, wenn man irgendein Projekt umgesetzt hat. Und deswegen bin ich wirklich stark der Meinung, dass das Programmieren heutzutage wirklich deutlich zugänglicher und einfacher geworden ist, als das früher der Fall war. Es gibt jedoch ein Problem. Wo man früher noch eine recht überschaubare Anzahl von verschiedenen Programmiersprachen, Frameworks, Game Engines oder ähnlichem hatte, hat man heute wirklich eine massive Auswahl. Zudem sieht man auf Social Media, zum Beispiel auf YouTube, unfassbar viele verschiedene Meinungen darüber, wie man jetzt richtig zu programmieren hat, was für Techniken man anwenden soll und welche Techniken veraltet sind und man sie entsprechend nicht mehr anwenden soll. Meines Erachtens nach stellt die größte Schwierigkeit beim Programmieren lernen heutzutage nicht mehr die Komplexität der Thematik selbst dar, sondern vielmehr dieses unfassbare Rauschen, das dieses ganze Thema umgibt. Programmiereinsteiger sind sich oft überhaupt nicht sicher, was jetzt die richtige Vorgehensweise beim Lernen ist, welche Programmiersprache sie lernen sollen oder sogar welches Framework für diese spezifische Sprache sie lernen sollen. Oft wechseln sie im Wochentakt die Programmiersprache, die sie lernen und müssen natürlich jedes Mal wieder bei Null anfangen. Und ein wirklicher Fokus auf ein Thema, auf eine Programmiersprache, auf ein Framework und auf eine Art von Software, die man entwickeln möchte, kann so einfach nicht aufrechterhalten werden. Und ohne einen guten Fokus kann man meiner Meinung nach auch nicht zu einem besseren Programmierer werden. Unterm Strich kann man also schon sagen, dass das Programmieren deutlich einfacher wurde, als das früher der Fall war. Also man kann sagen, dass man heutzutage mit deutlich weniger Aufwand deutlich coolere Sachen machen kann als früher. Aber durch diese schiere Masse an Programmiersprachen, Frameworks, Informationsquellen und so weiter, die man heute hat, tut man sich natürlich auch schwerer, einen gescheiten Fokus aufzubauen. Es ist wirklich unfassbar wichtig, dass man sich als Programmiereinsteiger vor Augen hält, dass das Programmieren heutzutage deutlich zugänglicher ist, als das früher der Fall war. Man diese dazugewonnene Einfachkeit, sage ich mal, aber nur dann ausnutzen kann, wenn man einen Fokus aufbaut. Such dir also unbedingt eine Programmiersprache erstmal nur aus, überleg dir eine Art von Software, die du entwickeln möchtest und lerne ein bestimmtes Framework bzw. eine bestimmte Game Engine, wenn es um Games geht, die du benutzen möchtest. Und dann fokussiere dich erstmal wirklich eine Zeit lang ausschließlich auf diese eine Sache. So wirst du dann auch ziemlich schnell deine ersten Erfolgserlebnisse haben. Du wirst so ziemlich schnell ein tieferes Verständnis für die Sache aufbauen, die du eben dir ausgesucht hast. Und das ist meiner Meinung nach heutzutage wirklich die optimalste Vorgehensweise, wenn man ein Programmierer werden möchte. Sei das jetzt ein AI-Entwickler, sei das jetzt ein Spieleentwickler, ein Anwendungsentwickler, egal was eigentlich. So sollte man vorgehen. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu Programmieren starten Premium. Darin erhältst du Zugriff auf all unsere super umfangreichen Videokurse zu den unterschiedlichsten Programmiersprachen und Frameworks. Und damit kannst du wirklich kinderleicht mit einem strikten roten Faden von einem absoluten Einsteiger zu einem fortgeschrittenen Programmierer werden. Guck dir das unbedingt mal an. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Das war es dann auch mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonnier diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Programmieren lernen. Auf Wiedersehen. A